Noch mehr hätte sie nicht anziehen können, ne? Hat sich aber da richtig rausgeputzt für mich. Danke für gar nix. Die Hose hat er bestimmt schon eine Woche an. Bäh, die stinkt! Au, oh, was kommt da? Prrr. Oh nein, um Gottes Willen, was hab ich mich da nur verliebt? Tuh, 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 tu, tuh. Nein, nein, bitte nicht. Wenn er sich nicht mit mir unterhält, muss ich halt meine Unterhaltung woanders suchen. Ja, das ist lustig. Ich wollte auch einfach nur in Ruhe meine Serie gucken. so jetzt habe ich was nettes gesagt die düge kann weiterleben bla 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 ob ich ihn nach einer massage fragen könnte ich glaube es kann mir abschminken schade